Ähm, nicht gerade ein gutes Vorbild. So, gell. Oh nein, Larry! Das sind tausend Channels, aber keine sehenswerte Sendung. Na, ich weiß auch nicht. Ich war kein Freund von diesem Kabelpaket. Ich wollte nur das Internet. Boah, ich vermisse es, unsere eigene Show zu haben. Apropos Shows. Wir waren doch mal bei dieser Castingshow. Läuft die eigentlich noch? Na hin? Nee, Spaß. Ich hab keine Ahnung. Lass mal reinschalten. Jetzt haben wir Überleitung zu den Shorts. Also, womit willst du uns plagen? Ich will durch. Langweil. Bungaroo. Hey, Checo. Ihr werdet von meinem Anwalt hören. Herr Bruder, der kann dich auch nicht wieder anmachen. Das nächste Mal kannst du aber deutlicher sagen, was du meinst. Ich dachte, du wärst am Sterben oder so. Nein, nur innerlich. Danke, danke. Ich versuch grad ne neue Art von Humor. Funktioniert sie? Okay, es reicht jetzt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.